Hallo ihr süßen Puppies, ich bin eure Jurassiker Bagger live aus Berlin und ihr süßen Mäuse, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Heute ist der 25. Sommer, was ist denn da los? Penner! Penner war das. Ihr seht schon, wir sind unterwegs, der Klausi und ich. Der Klausi bringt mich nämlich zum Flughafen Tegel, weil heute geht es nämlich nach Zürich. Da ist heute die Boya Kascha heute Abend und ich treffe ganz ganz viele alte Freunde wieder und Freundinnen und auch ganz ganz viele tolle Kolleginnen und ja, ich nehme euch mal wieder mit auf eine wunderschöne Reise durch die Welt. Ach und da ist der Putin. Der ist süß. Gate A11. Der Klausi hat mich abgesetzt. Ich bin schon eingecheckt. Ich fliege um 14.55 glaube ich los. So, ich bin jetzt in Zürich gelandet. Oh, da stehen ganz viele Menschen. Meine Güte. Wahnsinn. Ach, das ist die Melli. Oder? Ja, das ist die Magic. Tatsache. Hi. So, ich wurde jetzt abgeholt. Nicht von Marco Ulich. Bin ich ein bisschen sauer. Aber gut. Wird dann nachher noch was zu hören bekommen von mir. Und dann ist da die Melli Magic. Die darf ich aber nicht zeigen, weil die ist nämlich noch ungeschminkt. Und die sieht aber ungeschminkt viel besser aus als Geschmack. Und die Vicky ist da. Und die mich beide abgeholt. Finde ich total süß. Und wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren ins Renaissance Tower Hotel. Das sieht wahnsinnig hochwertig aus. Wir wohnen im 20. Stockwerk oder so und dann werde ich erstmal eine Grecke machen. Es ist sehr schön. Es ist wirklich, wirklich sehr schön. Nichts im Gegensatz zu diesem grünen Badezimmer vom letzten Weihnachten. Und endlich mal richtiges Licht zum Schminken. Das ist ja wirklich, also alle Zuschauerinnen, die auch Nücken-Make-up tragen, werden wissen, oder auch Kolleginnen, werden wissen, wie wichtig Licht ist in Hotels. Und es gibt so viele Hotelzimmer, wo du so ein Funzel-Licht hast und da kannst du dich einfach nicht schminken. Bin sehr zufrieden. Marco Ulich, hast du schon mal toll gemacht. Gucken wir mal raus aus dem Fenster. Ja, also das, wir sind hier in einem Bezirk. Kann man jetzt auch nicht so richtig sehen. Wir sind hier in einem Bezirk, der ist ein altes Industrieviertel. Und es hat so ein bisschen Industrie-Charme, sag ich mal. Es war ganz süß. Jetzt trifft sich die neue, moderne, junge Kunstszene von Zürich. Und dann werde ich mich auch schon anfangen zu schminken, weil um halb zehn fahren wir hier schon los, weil Melli muss um 22 Uhr anfangen und ich um 23 Uhr. Und ich muss auch noch Musik auf mein iPad laden. Also ich hab schon wieder einen Stress. Ich weiß überhaupt nicht. Das ist so ein Trägerkleidchen. Finde ich die ganz toll, weil oben ist so grau, lila und dann fädet die so aus und nach unten ist dann so Gold oder irgendwie. Und ich trage ja mittlerweile leider schon 42, 44, weil ich so fett geworden bin. Und das ist eine 38. Ich weiß nicht warum, aber die 42 war riesig. Vielleicht war das aus der fetten Abteilung von H&M. Ich bin mir nicht so sicher. Egal. Freue ich mich. Und das Haar ist auch schon da. Ansonsten weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich jetzt überhaupt wirklich noch ein Nickerchen mache oder nicht, weil ich muss ja auch noch posten. Jetzt war ich mich gerade dabei, mit meinem Smartphone jetzt auf Instagram zu posten. Ich habe schon eine Instagram Story gepostet und einen Snap habe ich auch schon gemacht. Ich hab aber auch Stress. Also als Künstlerin. Da muss man ja ständig online sein. Und nebenbei gucke ich meine eigenen Videos auf YouTube. Ich habe es heute Neues online gestellt, wo ich bei Mika Miella Schäfer eine Home-Story mache. Und ich als wahnsinnig selbstverliebter Transvestit gucke mich natürlich selbst auch immer sehr gerne auf YouTube an. So. Mein Mann Klaus war natürlich mal wieder so schlau. Ich muss das doch mal hier ausmachen. Mein Mann Klaus war natürlich wieder so schlau und hat gesagt, du Schatz, nimm doch eine Pulle Wein mit. Ist doch mal alles so teuer in Zürich. Und da hat der Klaus recht. Und da will ich jetzt ein kleines Weintien genehmigen. Und vielleicht, wenn ich nett bin, werde ich auch der Melli nachher ein Glas vorbeibringen. Muss ich auch noch mal gucken. Ich bin vielleicht wieder da. Ding-Düngchen. Hm. Sharing is caring. Einartig. Das heißt, es ist immer wieder wichtiger.